Musik Willkommen Stefan hier im Studio. Das heutige Thema der Sendung wird sein, warum wollen wir uns selber zerstören? Stefan, du hast eine sehr lange Vorgeschichte. In jungen Jahren hast du also sehr viele Interviews schon geführt und Fernsehdiskussionen. Du bist als mehrfacher Buchautor in Erscheinung getreten, unter anderem mit Werken über Doug Hammerskirt und vielen anderen. Auch mit Peter Ustinov hast du schon zusammengearbeitet. Du bist investigativer Journalist, das heißt, du gehst raus und gehst den Dingen richtig auf die Spur. Genau das, was wir haben wollen und was wir eigentlich von deinen Kollegen erwarten, du tust es. Du bist einer der wenigen, die es tun. Nichtsdestotrotz hast du sehr viel wertvolle Arbeiten geleistet, unter anderem in Interviews mit Baro und Monika Griefhahn in Talkrunden in Hamburg und auch in Ludwigshafen. Du hast auch Pressekonferenzen abgehalten, unter anderem mit Gary Davis 1998 in München. Du bist studierter Psychologe. Nein, abgebrochen. Abgebrochen? Ja gut, aber du hast zumindest reingerochen in die Psychologie und in die Geschichte im Bereich der Psychohistorie, das heißt der Seelenforschung. Du bist also für die Thematiken, also was die globalen Zusammenhänge und auch die psychischen Muster betrifft, also prädestiniert und mit allen Instrumenten ausgestattet, um dir da auch einen tiefen Blick erlauben zu können. Erzähl uns ein bisschen was von deinen Erfahrungen, die du im Bereich des Journalismus gemacht hast. Gut, vielleicht mal dazu, um das zu konkretisieren. Ich habe zwischen 1989 und 1991, also über so zweieinhalb, drei Jahre, eine Fernsehsendung, eine TV-Diskussionsrunde produziert und moderiert, wo solche Menschen wie Rudolf Barrow, bekannt als Buchautor von Logik der Rettung, Mitbegründer der Grünen oder Herbert Krul, Ein Planet wird geplündert, dieser CSU-Abgeordnete, der gesagt hat, wir können so nicht mehr weitermachen, der dann aus der CSU-Fraktion ausgeschlossen wurde als Bundestagsabgeordneter. Dann die erste Geschäftsführerin von Greenpeace, Monika Griefhahn. Dann Professor Heinz Haber, der schon in den 80er Jahren über genau diese Klimawandel-Thematik, die wir heute wieder haben, wo alles gemacht wird, wie wenn es zum ersten Mal entdeckt würde, da haben wir schon Ende der 80er Jahre darüber diskutiert und zwar jetzt nicht nur über Klimawandel, Bevölkerungsexplosion und was man heute so als globale Thematik nimmt, sondern eben unter psychologischen Gesichtspunkten, wenn man so sagen will, unter psychoanalytischen Gesichtspunkten, dass wir nämlich uns gefragt haben, wieso produzieren wir eine globale Krise? Wieso produzieren wir eine Globalisierungskrise? Da gibt es ja auch psychologische, unbewusste oftmals Antriebe dazu und das war in diesen Fernseh-Diskussionen mit diesen Prominenten einer der Schwerpunkte, also nicht nur jetzt über Klimakatastrophen und ähnliches zu sprechen, sondern immer sozusagen die Rückbindung zu machen mit der menschlichen Psyche, warum suchen wir das, warum inszenieren wir uns so eine Situation, woher kommt es? Es gibt also Darstellungen, die auch belegbar sind, dass diese Krise also ein Steuerungsinstrument für die Hochfinanz ist. Wie sind da deine Informationen? Ob die Krise jetzt sozusagen bewusst erzeugt wurde oder ob bestimmte Interessengruppen, die es in der ganzen Menschheitsgeschichte gibt, diese Krise sozusagen ausnutzen und vielleicht, wie du sagst, noch ein Stück weiter forcieren. Die haben sie selber installiert. Das kann man kontrovers diskutieren, aber das Entscheidende ist, dass ich eigentlich gerne noch eine Stufe tiefer gehen würde, weil selbst bestimmte Finanz- oder andere Interessengruppen haben, was man in der tiefen Psychologie nennt, ein Unterbewusstsein. Und bei denen laufen bewusste Pläne ab, aber es laufen auch sozusagen im Unterbewusstsein oder im Überbewusstsein laufen Prozesse ab, die selbst denen nicht bewusst sind. Und die noch spannendere Frage, die man sich eigentlich klären muss, wenn man wirklich so echte, holistische, ganzheitliche Ansatzpunkte finden will, wie wir da wieder rauskommen, ist eben nach diesen tieferen Aspekten zu schauen, beim Einzelnen, aber auch kollektiv sozusagen in dem Ganzen, was man früher Gruppenseele oder Volksseele genannt hätte, also in kollektiven Zusammenhängen etwas, womit sich eben die Tiefenpsychologie von C.G. Jung zum Beispiel beschäftigt. Herr Erdemann, es gibt Behauptungen und auch Fakten, die sagen, dass gewisse Strukturen ihre Kinder eigentlich schon erziehen, um sich auf ihre Aufgaben vorzubereiten, gerade in den elitären Gruppierungen. Das heißt, dass den Kindern die Liebe entzogen wird und eine gewisse Härte schon von früher Kindheit an erzogen wird. Gehört das mit zu dem psychologischen Bereich? Auch das ist kein neues Phänomen. Also gehen wir mal zum Beispiel ungefähr 2500 Jahre in der jetzigen Geschichte zurück, da haben wir Sparta, den typischen Kriegerstaat. Da wurde das auch schon getan. Also die Militärakademien zum Beispiel in den USA oder anderswo ist keine neue Erfindung, sondern das gehört zur Conditio Humanae, also zur menschlichen oder zur noch nicht ganz menschlichen Grundausstattung dazu, dieses Konditionieren der nächsten Generation. Und man findet das jetzt nicht nur in Elite-Universitäten, Elite-Internaten, in Militärschulen. Das fängt einfach schon an, sozusagen auch wo Eltern ihre Kinder konditionieren. Wenn man heute das Phänomen psychologisch anschaut, dieser Scheidungskriege, dieser Rosenkriege, da gibt es jetzt seit ungefähr zehn Jahren einen Begriff, PAS, Parents, elterliches Entfremdungssyndrom, Affiliation-Syndrom, wo Kinder wirklich Brainwashing unterzogen werden von der einen oder anderen Seite. Also was ich damit sagen will, wir sollten das nicht verengen, weil das gehört schon zum psychischen Mechanismus dazu, dass wir Sündenböcke suchen, sozusagen. Wir sind in diese globale Krise reingeritten, weil, sage ich mal, die Geheimorganisation XY das Ganze inszeniert hat. Aber das tut uns unserer Mitwirkung und vielen anderen sozusagen wie entlasten. Und da kommen wir ganz leicht auf ein falsches Kleist, weil wir müssen in die Psychostrukturen von uns allen gucken, die sowas möglich machen. Das ist der entscheidende Punkt. Und da würde ich sagen, da wäre so etwas überfällig wie eine Psychoanalyse der globalen Krise. Eine Psychoanalyse unserer Verwicklung. Nicht nur Entwicklung, sondern unserer Verwicklung. Und erst wenn wir wagen, uns diesen Schatten, Begriff aus der tiefen Psychologie von C.G. Jung, uns den Schatten, den Individuellen, aber auch wie den Kollektiven zu stellen. Wenn wir die Frage beantworten, wie kommen wir vom Genozid, vom Völkermord, den es in der ganzen Menschheitsgeschichte gab, Steigerung 20. Jahrhundert, wie kommen wir vom Genozid zum Geozid? Was ist da der Antrieb, dass wir sozusagen diese Auslöschungspolitik betreiben? Und erst wenn wir uns wagen, wirklich mal mit diesem Schattenbereich zu befassen, glaube ich, dass wir dann erst durch diese Erfahrung hindurchgehen müssen, dass sich da in unseren seelisch-geistigen Strukturen dadurch etwas ändert, was dann auch wirklich zu einer Bewusstseinsumkehr kommt. Weil sonst tun wir sozusagen Schattenfechtereien betreiben und suchen immer wieder Sündenböcke. Für die eine Gruppe sind dann die die Sündenböcke, für die anderen. Aber wir fragen uns nicht, warum wollen wir sterben? Warum wollen wir Selbstmord begehen? Weil wir sind dabei, ein planetares Selbstmordprogramm zu betreiben. Und wir sind parallel dabei, ein globales Programm, das auf eine Art von Weltnotstandsregierung hinausläuft, zu betreiben. Und da müssen wir uns fragen, wo sind da die szenischen Strukturen bei uns, bei unseren Großeltern, dass es darauf hinausläuft. Und erst wenn wir, solange die klar skizzieren können, dann können wir auch sehen, wie knacken wir die, wie verwandeln wir die. Und daraus kann sozusagen, was wurde Barrow, die Umkehren an der erst entstehen. Aber solange wir sozusagen weggucken, oder nicht tief genug gucken, wird es auch keine Umgebung geben. Es wird ein bisschen Schminke geben, aber wir laufen weiterhin auf diesen Punkt zu. Also wenn man das, was du ansprichst, mit diesem Überkonsum, dass wir, wenn wir so wollen, unseren Planeten seine Ressourcen verfrühstücken, oder in einem Sommerschlussverkauf. Man sieht ja manchmal in Sonderanquoten, wo dann meistens sind es Frauen, aber auch Männer, die Stunden lang, schon bevor das Kaufhaus aufmacht, das lagern. Und dann rennen die rein und so. Dieses Bild, was man so tatsächlich auch aus Sonderverkäufen kennt, das tun wir eigentlich auch mit unserem gesamten Planeten. Wir stürzen los, nach uns die Sinnflut und grab as you can grab. Und dann muss man sehen, was ist das. Das ist eine Superkompensation. Da sind ungeheure Ängste drin, ungeheure scheinbare oder echte Defizite. Und da muss man fragen, was wird damit super kompensiert. Und wenn man sich sozusagen diesen Überkonsum, dieses Verfrühstücken des Planeten, auch diese Welle von Pornografie, von Loslegen, von Überfreizügigkeit anguckt, dann muss man sehen, da wurde vorher über Jahrhunderte ein Bogen gespannt in die Gegenrichtung. Und da sind wir hier in Europa, von Europa geht die Globalisierungskrise aus, Europa, europäischer Geist, europäische Denkstrukturen, Muster haben über die Kolonisation, die Welt erobert. Und was ist sozusagen die zentrale Wunde Europas, muss man sich anschauen dann. Und dann kommen wir nicht außenrum zum Beispiel über den Katholizismus zu sprechen. Da, wo du sozusagen über Jahrhunderte ein Gegenbild hattest, absolut sexualfeindlich. Die Leute wurden runtergedrückt, Sünde, ein Armutsideal wurde gepredigt, seit ruhig da unten, aber gleichzeitig hat eine gewisse Oberschicht, auch bischöfliche Fürsten, Kardinäle im Luxus geschwägt. Und dann kannst du sehen, sozusagen, sobald dieses System in dem Sinne durch Umbrüche nicht mehr in dieser rigiden Form aufgehalten werden konnte, nehmen wir mal Stichwort 60er Jahre, 68er Revolution, sexuelle Revolution, ist das losgeschnallt und ist jetzt ins Übermaß gegangen, nämlich zur anderen Seite. Und das haben wir ganz oft, dieses Pingpong, dass wir sozusagen die Mitte, die zwar auch eine fließende ist, da hast du nicht so einen Mittelwert, aber du hast etwas, was um eine gewisse Mitte herum fließt. Und dann hast du sozusagen die Extreme. Ich will den Zuschauern nochmal erläutern, weil wir haben uns im Vorgespräch vor der Fernsehaufnahme drüber unterhalten. Ich war ja in Ephesus und Paulus, durch den ja überhaupt das Christentum in seiner Version etabliert wurde, kam nach Ephesus und hatte zunächst mal null Erfolg dort mit seiner Lehre. Das hing daran, dass Ephesus, ähnlich wie Greta, damals noch in der Nachwirkung der Muttergottheit, Kübele, dann Artemis, ein großer Artemis-Tempel, die waren so noch sozusagen fixiert auf diese mütterliche Seite, dass die so mit dem Sohn und dem Vatergott erstmal gar nicht viel anfangen konnten. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch Amulette verkauft von Artemis und Kübele und andere Gegenstände, sodass er die sozusagen auch ins Geschäft kamen. Es ging so weit, dass Paulus sogar vertrieben wurde durch eine Stadtversammlung und Ephesus fluchtartig unter Schutz der Römer verlassen musste. Und dann kehrte er zwei Jahre später wieder zurück und hatte was gelernt. Denn Paulus hat in Ephesus den Marienkult erfunden, also die heilige Jungfrau Maria, Himmelskönigin, in dem er dann sozusagen diese alte Strömung des Mutterrechtlichen aufgenommen hat und sie mit integriert hat in seine christliche Lehre. Und da kann man sehen, was man vielleicht religiöses Marketing nennen konnte. Und da sind wir bei einem der Kernpunkte unserer heutigen globalen Krisensituation, nämlich, dass wenn immer der ganzheitliche Mensch, Jesus von Nazareth als ein Beispiel, man könnte auch jetzt während wir in Asien wirklich über Siddhartha Gautama Buddha sprechen, ja, aber bleiben wir mal in unseren Breiten, dass sobald dieser messianische, ganzheitliche Mensch, dieser heilsame Mensch, der auch immer ein Revolutionär ist, kein Rebell, weil die heutigen Rebellen 68er Bewegung, kleiner Exkurs sind deswegen gescheitert, weil die wollten eigentlich gar keine echte Re-Evolution. Das ist ein medizinischer Begriff, zum Beispiel Aufwachen aus dem Koma wird mit Doppel-E, Re-Evolution genannt, sondern die wollten Beteiligung an den Machtstrukturen, also der Gang in die Institutionen. Und deswegen haben sie nur gebellt, die Rebellen, wirklich sozusagen grundlegenden Strukturen was verändert. Und jetzt haben wir hier fürs Abendland diese Struktur, dass diese große Vision dieses ganzheitlichen Menschen, des heilsamen Menschen, ja, da war und dass die zutiefst von Paulus und seinen Nachfolgern, Vatikan und Co. pervertiert wurde, ja. Und da wurde natürlich auch kollektiv in die Seelen der zwangskristianisierten Mitteleuropäer eingegriffen. Und das sind Sachen, die staunen sich oftmals über Jahrhunderte auf. Da merkt man nicht unbedingt gleich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren die Wirkungen, sondern das wird über Generationen folgen, vererbt, so wie man das auch aus der systemischen Familientherapie. Das Selbstzerstörungsprinzip, oder warum zerstören wir uns selber, ist damit eingeleitet. Du kannst das sicherlich noch ein bisschen vertiefen. Also wie geht es weiter? Wie lösen wir das auf? Zunächst muss man mal sehen, bei dieser planetaren Selbstzerstörung, die ökologisch stattfindet, die im sozialen Bereich Zersetzungsprozesse stattfindet, hinter jeder Selbstzerstörung steckt eine Selbststörung. Das heißt, ohne ein gestörtes Selbst gibt es keine Selbstzerstörungsprozesse. Und dann muss man zu der Frage kommen, was ist denn die zugrunde liegende Selbststörung, und gerade hier im Abendland oder USA, EU, Europa, was ist die zugrunde liegende Selbststörung, die zu diesem Selbstzerstörungsprozess führt? Und die ist eben vielschichtig. Ich fürchte auch, die werden wir in so einem relativ kurzen Interview bestenfalls umreisen können. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, Menschheit an der Schwelle, Globalisierungskrise, Weltwirtschaftsdiktatur 2003 schon. Und gerade die Sendungen, die jetzt auch bei euch aufgeschaltet werden mit Rudolf Barrow, Herbert Kuhl, gehen da nochmal weiter rein. Das sind ja dann Sendungen, die gehen teilweise eineinhalb Stunden, um dem Thema halbwegs gerecht zu werden. Aber diese Selbststörung, die zum einen kommt eben aus dieser unbewältigten Vergewaltigungssituation, wo wirklich von der römisch-katholischen Kirche Frauen vergewaltigt wurden, Hexenprozesse und so, wo eine alternative christlich-humanitäre Zivilisation in Europa ausgelöscht wurde, nämlich die Katara-Zivilisation in Südfrankreich, wo durch Zwangskristianisierungen der Sachsen etc. hier also Verheerendes praktiziert wurde. Und da müsste man schauen, wo sind sozusagen diese einzelnen traumatischen Erfahrungen der europäischen Seele, nenne ich das mal so, des europäischen Seelenkollektivs in der tiefen Psychologie. Und wenn man diese analysiert, diagnostiziert, diese Wunden, dann entsteht ein Bild sozusagen, was ist da an Heilungsbedarf. Und teilweise sind wir ja heute noch nicht reif genug, dass wir überhaupt das thematisieren dürfen. Wenn wir mal ins öffentliche rechtliche Fernsehen schauen, da finden ja solche Gespräche, wie wir sie gerade eben führen, eigentlich so gut wie gar nicht statt. Da tanzt man wirklich nur an der Oberfläche rum. Man macht Unterhaltungsindustrie, Infotainment, ja, aber man geht nicht in diese tiefen Analyse, was wirklich los ist, ja, weil das ist natürlich in den Strukturen nicht gewünscht. Aber solange das nicht passiert, wird sozusagen der Gang der Lemminge Richtung Abgrund weitergehen, weil wir müssen uns diesen alten Wunden stellen und wir müssen dann sehen, dass wir auch diese alten Strukturen, die zu diesen Wunden geführt haben, wirklich hinter uns lassen und zwar nicht nur außen im Sozialen, sondern zuerst mal in uns. Und da finde ich es spannend, als ein soziales Phänomen angemerkt, dass so in den 90er Jahren dieses Familienstellen, man kann davon halten, was man will, Hellinger, das ist da Einnahme, aber das ist gar nicht der Erfinder gewesen, sondern um seine Person hat sich das dann ein bisschen kristallisiert. Aber diese Erkenntnis, dass tatsächlich Verhaltensmuster über Generationen hinweg vererbt werden, ja, das ist eine wichtige Erkenntnis und auch diese Verstrickungen, diese Verwicklungen und aber auch die Möglichkeit durch Bewusstmachung dieser Verstrickungen und durch eine neue bewusstseinsmäßige Ausrichtung, also es aus dem Unbewussten hochzuholen ins Tageslicht, dass man hier Gesundungsprozesse auslösen kann. Und genau wie das sozusagen in der Familie geschehen kann, bräuchten wir eigentlich sowas sozusagen für unsere Gesellschaft. Ja, wir müssten sehen, so wo sind die Verstrickungen, wo sind die Wunden in unserer Gesellschaftsschichte, Geschichte, in der Geschichte Europas und müssten das sozusagen systemisch, psychotherapeutisch bearbeiten. Man kann es kurz bei dem Wort Religionen bleiben, da steckt ja eigentlich das Wort Religio drin. Und dieses Wort Religio bedeutet Wiedereinbindung in den Urgrund des Seins. Das heißt, früher haben Religionen Techniken vermittelt, bleiben wir mal bei der christlichen Religion nur, wenn wir dieses Bild nehmen, die Jordantaufe, ja, was ist denn da geschehen? In der Jordantaufe, das entstammte wirklich sozusagen einem initiatorischen Vorgang, dass nämlich jemand, der zum Beispiel durch langes Fasten, der Gang in die Wüste, ja, durch langes Fasten, durch eine gewisse Art auch, dieses heutige Sinnüberreizung, war total in der Wüste ausgeschaltet. Das hatte also etwas Meditatives, das hatte etwas Fokokatives und dann wurde derjenige in einem Flusswasser untergetaucht. Also das haben wir heute in pervertierter Form bei diesen Untertauchen von Gefangenen in Guatonama mit, in diese Wasserbehältnisse, um sie sozusagen zu Beständnissen zu erpressen, als sozusagen pervertiertes Folter-Element, war witziger, irrwitzigerweise mal ursprünglich ein Einweihungselement, wo man nämlich eine Nahtodeserfahrung ausgelöst hat. Durch das Untertauchen kam man nah ans Ersticken ran und jetzt lösten sich sozusagen dieser psychosomatische Komplex, löste sich die Seele ein Stück weit vom Körper und hatte dadurch bestimmte Erfahrungen. Und da müssen wir religiös wieder hinkommen. Also Religion muss zu Religio werden, muss zu einer Erfahrung werden. Im Zusammenhang sich der Frage des Todes zu stellen. Und zwar nicht nur der Frage des Todes des Leibes, sondern des Ego-Todes. Das war ja das Zentrale damals, dass das Ego sterben muss, wie Goethe es sagt, damit etwas anderes Einzug erhält, kann nämlich das wahre Selbst. Und die heutigen religiösen oder scheinbar religiösen Institutionen vermeiden es eher. Sie wollen Masse, eine Schafherde, Lämmer haben, die sozusagen dem Hirten nachfolgen. Blind folgen. Blind folgen. Und aber Religion hängt zusammen mit Individuation. Ich muss selbstständig Mensch werden, ein Bürger dieser Welt und nicht mehr ein Teil des Schafes, wo irgendein Oberhirte, ob das jetzt übrigens mal der von mir sehr geschätzt und mit dem ich ja befreundet bin, der Dalai Lama ist, oder ob das irgendein Papst ist. Wir Menschen müssen wegkommen von diesem Führerkult. Und das geht eben nur, indem wir bereit sind, uns gewissen Nahtodeserfahrungen auszusetzen. Und wenn wir nicht bereit sind, in diesen Bereich reinzugehen, wie eben mit dieser Einweihung am Jordan, mit dem Untertauchen, dann werden wir diese Nahtodeserfahrung anders dann, nämlich kollektiv produzieren, meine Damen und Herren, in dem wir einen Zusammenbruch erleben, wo ganz viele eben sterben werden erst mal und dann auf diesem Wege diese Erfahrung machen. Und mein Vorschlag ist sozusagen, dass wir das System eher rumreißen, dass wir uns dem verdrängten Schatten, der Todesangst, der Lebensfurcht, diesen ganzen Konglomerat, dass wir uns dem stellen und dadurch eine Einweihungserfahrung machen, die es sozusagen, die die Dynamik der Selbstzerstörung dadurch überflüssig macht. Weil das, was wir hier auf negativen Art und Weise lernen im Selbstzerstörungsprozess, wenn wir es denn lernen überhaupt, dass wir das sozusagen vorwegnehmen, indem wir bewusstseinsmäßig uns damit auseinandersetzen und dadurch diesen Selbstzerstörungsprozess, diesen Todesprozess... Starkes Sehnsucht, die OH-Bewegung oder so, nach Licht, nach Lichtwesen, ja, die dermaßen dann überzogen ist, aber zum Licht kommst du nur, wenn du den Körper hinter dich lässt und dann sozusagen wird es Teil der Todeszone, dann vernichten wir eben den Erdenkörper, unsere eigenen Körper, weil das ist der einzige Weg, in diese überzogenen Lichtvorstellungen zu kommen, also das wäre ein sehr pragmatisches Beispiel und deswegen waren ja wirklich die alten Weisheitslehren, ob die Stoa oder in Asien, das waren ja alles, oder Tao, Taoismus, ja, Tao der King, das waren ja Wege der Mitte, des Ausgleiches, die eben diese, man kann ja fast sagen, diese hysterische Sinuskurve, die typisch für den Westen ist, für die westliche Seelenlage, ja, hin und her sozusagen, was auch zum Burnout führt, und zwar zum kollektiven Burnout früher oder später, vermieden haben und das kommt es sozusagen, dieses System wieder ins Gleichgewicht zu bringen, das wird die Aufgabe sein sozusagen, diese hysterische Sinuskurve hier wieder... Ich würde persönlich von meiner Biografie ein Stück mehr auf die humanistische Psychotherapie oder auf den spirituellen Humanismus setzen, wobei man eben sehen muss, wenn ich so stark psychoanalytisch oder psychotherapeutisch argumentiere, muss man gleichzeitig sagen, die heutige Psychologenszene oder auch die, ob mit Professorentitel oder ohne, die Gutachterszene, das ist ja eigentlich erschreckend, wenn man in so eine Zeitschrift für Psychologie heute reinschaut, wo dann wenigstens ab und zu gewagt wird, wie der Missbrauch, der betrieben wird von Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiatern, mit ihren Patienten, sexueller Missbrauch, finanzieller Missbrauch, dann muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, eigentlich bräuchten wir gute, echte Psychotherapeuten, aber was heute geboten wird und wie heute an den Psychologieschulen oder Universitäten indoktriniert wird, das ist sozusagen der Weg in die Irre. Das war auch der Grund, warum ich ausgestiegen bin, weil ich gesagt habe, ein Psychologiestudium zu Ende zu führen, da werde ich ja so programmiert, wie all die anderen BH-Foristen, die Apparate-Männchen, die sich dann auf ihren Doktortitel und Professoren titeln, weil sie haben keine innere Substanz, so viel einbilden. Deswegen bin ich ausgestiegen und habe dann große Psychologen selber aufgesucht, bin mit denen in Kontakt getreten, habe Interviews gemacht, habe einen Teil davon in meinen Büchern verwandt und habe mir, wenn du so willst, eine erweiterte autodidaktische, psychologische und psychotherapeutische Ausbildung selber besorgt, weil ich gemerkt habe, im System kriege ich die nicht. Elenor Roosevelt ist ja in einigen Strukturen als einer der größten Massenmörder der humanen Spezies bekannt. Wir haben ein bisschen tiefer geguckt. Was ist da deine Intention gewesen? Ich habe zum Beispiel bei Elenor Roosevelt bei meinem Vortrag im Freiraum Achthofen gesprochen, im Zusammenhang, dass wir ihr diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte mitverdanken. Sie hat das unter anderem, sie war die Vorsitzende dieser Kommission, hat diesen Paragraf 5, Folterverbot und so, wirklich damals ab 1948 reingeschrieben. Das war sehr mutig. Oder sie hat Paragraf 23, jeder Mensch hat Anrecht auf einen gesunden, seiner Entwicklung förderlichen Arbeitsplatz. Das ist eigentlich weit vorausgedacht ins Zeitalter der McDonald's, multinationalen Konzerne. Also eine sehr taffe Frau. Und wenn du ansprichst ihren Mann, Präsident Franklin Delano Roosevelt, wo bestimmte, das ist eher der Bereich aus den Weltverschwörungstheoretikern, die dann sagen, aber Roosevelt, Zweiter Weltkrieg, der hat Pearl Harbor sozusagen geschehen lassen oder mitinitiiert. Und auch da gibt es wieder sozusagen verschiedene Perspektiven. Und ich biete jetzt mal einen anderen Blick drauf, wie die Leute, die üblicherweise sagen, oh, Roosevelt, ja. Damals in dieser Situation entstand der Faschismus nicht nur in Italien unter Mussolini, nicht nur als Welle in Deutschland unter Hitler, dann der Linksfaschismus Stalin in Russland, Sowjetunion, sondern es gab ganz starke Strukturen. Es gab eine faschistische Partei auch in den USA. Das ist uns heute bloß nicht mehr bekannt. Es gab einen SS-Ableger in Orden in der USA. Die wurden finanziert von Leuten wie Henry Ford, den großen Automobilhersteller, also mächtige Strukturen. Und die waren ebenfalls kurz davor, die Macht in den USA ebenfalls zu ergreifen. Gleichzeitig war die Stimmung der US-Bevölkerung so, ach, lass doch die Faschisten, das ist weit wie ein Ozean, die Leute ausrotten, ihre Systeme errichten. Was geht uns das an, ja? Und dann kann man jetzt sehen, da hat Roosevelt gesehen, die US-Bevölkerung ist dermaßen träge und denen ist es scheißegal, ob anderswo Leute abgemurkst werden oder nicht. Ich muss sozusagen die Japaner provozieren, dass sie Pearl Harbor angreifen, muss das geschehen lassen, weil erst dieser Schock wird die Leute wachrütteln, dass sie bereit sind, aktiv gegen den Faschismus vorzugehen. Und das wäre dann eine etwas andere Perspektive auf den Hochgrad Freiburg. Wobei man da, also auch bei den ganzen, soll man sagen, Theorien, die es ja kennengeben, und ich will gar nicht mal sagen Theorien, das sind ja alles faktisch belegbare Darstellungen, wobei jeder natürlich aus einem anderen Blickwinkel die Sachen betrifft. Das kommt auf die Interpretation. Nein, also es ist ja tatsächlich so, dass der Erste und Zweite Weltkrieg von den Strukturen, die dahinter stehen, finanziert worden ist, ins Leben gerufen worden ist, unweigerlich ist es so, dass diese Strukturen geschaffen worden sind, auch finanziert worden sind. Die Geldquellen lassen sich nachweisen, definitiv, von wem das bezahlt worden ist, initiiert worden ist, das ist Faktum. Das ist keine Theorie, das ist vollzogene Praxis in der einen Form. Zum anderen wissen wir auch, dass der Erste und Zweite Weltkrieg definitiv aus dem Grunde entstanden ist, dass Deutschland technologisch in eine vollkommen andere Richtung gehen wollte, nämlich die Richtung der Rehabilitation, und sich nicht eingliedern wollte in den industriellen Kreislauf. Damals in 1914, 1912, haben die Universitäten schon rebelliert gegen diese sogenannte technische Revolution. Und das ist durch diese Machtstrukturen dann unterdrückt worden. Wenn wir mal zu unserem Thema zurückkommen, sonst gehen wir jetzt in ein anderes Thema, was dann politisch sozusagen wäre, wäre aber, wie gesagt, einfach wieder eine andere Sendung. Was das Zentrale ist, um zu unserem psychoanalytischen Blick nochmal zurückzukehren, ist, dass wir trotzdem leichter zu tendieren, Schatten sein, die in uns sind. Unbewältigte eigener Machtwille, unbewältigte eigene Geltungssucht, unbewältigte eigene Ängste, die teilweise aus den Herkunftsfamilien kommen, Mama und Papa, was die so mit dem Kinderchen gedreht haben, dass wir die ganz leicht projizieren, sozusagen auf ein paar Dunkelmänner, die die Welt beherrschen. Und die können die aber nur beherrschen, weil diese Strukturen ebenfalls in uns sind. Und deswegen eben nochmal mein Plädoyer, wir müssen generell diese negativen Psychostrukturen, die müssen wir bewältigen. Es geht nicht darum zu sagen, ah, wir müssen das jetzt zusammenschließen, um gegen trilaterale Commission Bilderbergkreis vorzugehen. Solange wir sozusagen das in uns noch nicht bewältigt haben, dann kommen wir in die 68er-Falle, dass viele von denen nur Rebellen waren. Guck doch mal, was aus Joschka Fischer geworden ist, wie er heute Elderly States, wenn doch früher hat er Molotow-Cocktails geworfen. Und ich warne davor, sozusagen, auch jetzt mit den vielleicht zunehmenden Bürgerunruhen, wenn wir in uns nicht diese initiatorische Erfahrung gemacht haben und dann sozusagen über die Schiene Rebellentum versuchen, dagegen anzugehen, dann führt das in die Irre. Wir müssen erst durch diese Tiefenanalyse zu einer Re-Evolution von uns selbst kommen. Und erst als Re-Evolutionäre können wir sozusagen wirklich diese Strukturen dann auch bewältigen. Sonst rutschen wir ein, tauschen die Institutionen aus, die Namen aus, die Personen. Aber das alte Spiel läuft weiter, ja. Weil wir sind mit denen da oben verbunden. Es ist nicht nur so, dass ein paar Leute den ganzen Planeten diktieren, sondern weil wir, weil viele Hunderttausende mitspielen, ja. Weil viele Hunderttausende, wenn sie an derselben Stelle standen, genauso die Macht missbrauchen würden, ja. Würde sich nichts ändern. Und solange wir nicht auf die Psychodynamiken eingehen, ja. Und die bewältigen, ja. Hat dieser sozusagen das nur äußerliche Degengevorgehen, hat keine Zukunftsperspektive. Beides muss gleichzeitig geschehen. Ich muss die Strukturen in mir bewältigen und auflösen. Und dann, wie Martin Luther King, wie Gandhi, wie Dag Hammarschöld, dann mit diesem neuen inneren Bewusstsein, ja, dann gegen die Strukturen vorgehen. Ein sehr aufbauendes, sehr tiefgründiges und sehr erforschendes, erfolgreiches Interview. Untertitelung des ZDF für funk, 2017